So Leute, herzlich willkommen zurück, weiter geht's bei Kung Fu Strike, war das letzte Mal hier stehen geblieben, ich habe jetzt schon einen Tag nicht mehr gespielt, ich hoffe ich habe noch nichts verlernt, aber wir gehen jetzt erstmal in das Level Bombenwut, würde ich sagen. Und wir haben ein neues Power-Up hier, wollen wir mal schauen. Ne, gekauft. Hier, Iron Man. Mein Buddha-Stapf, da brauche ich aber noch 5000 Gold dafür. Und dann würde ich sagen, geht's erstmal weiter. Ja, die Cutscenen sind ja hier nicht vertont, wie der eine oder andere vielleicht weiß und, aber wer jetzt erst da zugestoßen ist zu diesem Let's Play, würde ich auf jeden Fall erstmal empfehlen, Folge 1 zu gucken. Ähm, das lohnt sich ja einfach nicht, jetzt mitten im Let's Play anzufangen. Okay. Scheiße, ich hoffe ich habe nichts verlernt, Alter. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die ganzen Knüffel gehen. Ah ja, okay. Bam! Aufs Ohr, nein, Bomben. Was sind das für Stein-Shatoren hier? Können die, können ich die... Ja, Mann, Schicht im Schacht hier. Da kommt die Nächsten mit Bomben. Ich hasse Bomben. Hey, das gibt's nicht. Ey, ich bin tot von solchen kleinen Bastarden, die Bomben schmeißen. Ich hasse es nicht. Ich komme da einfach nicht weg. Stirb, Mann! Stehen wir nicht im Weg rum. Erstmal hier ein bisschen was einsammeln. Ja. So geht's doch. Da kommt die Nächsten. Bomben. Ey, das gibt es nicht. Oh, das fängt ja schon mal richtig gut an. Ich glaube, wir erleben jetzt eine Aufnahme-Session voller Wut. Bombe! Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Komm her, nein! Ich glaube, so langsam habe ich den Boken raus. Fuck you. Das kann ich nicht blocken. Fuck you! Ja, aufs Fressbrett! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Ja, Mann, bombt euch selber weg, ihr dreckigen Pisser. Oh nein. Ich habe doch gleich kein Leben mehr. Oh Gott, Konzentration. Scheiße, ich habe gedacht, ich kriege den. Der erste Stone. Ich habe ihn. Irgendwo in der Karte. Eine Schriftreie zum Einsammeln. Ne. Oh, alles klar. Scheiße, Rang C. Wow. Ich bin nicht froh, dass ich das geschafft habe, Alter. Ich war doch ein wenig außer Übung. Ich brauche auf jeden Fall noch 5000 Gold. Dann kann ich ja wieder mal meinen Buddha-Stampfer holen. Die Kruft sind wir jetzt. Oh Gott. Die schießen auf mich. Das ist überhaupt nicht gut jetzt. Wie viele das sind ja. Ich kann nicht alles ablocken. Ich habe gerade meine Armee gerufen, aber das hat mir nicht viel gebracht. Denn ich habe das Zeitliche gesegnet. Das sind viel zu viele. Oh Gott. ein bisschen konzentrieren jetzt ja ja ich heiße ich konnte an meine frisse kommt meine kleine armee ihr kostet mich immer 40 gold jetzt müsst ihr auch mal was machen das wird nichts das ist so scheiße egal ich gebe nicht auf ich gebe nicht auf auf jeden Fall ist es so easy ja oder auch nicht es macht trotzdem unheimlich viel spaß ja auch wenn ich hier gerade voll auf die fresse bekomme aber kurz bevor ich dem bootausbruch nahe bin werde ich diese aufnahme session hier auf jeden fall beenden denn ich habe keine lust dass ich die lust an diesem spiel hier verliere gott schon meine armee ich kann das nicht blocken ich habe gar keine zeit dafür ich muss auf die großen gehen nein ich bin tot also fast nein 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 stop da meine armee nein 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 ich bin schlüssel feil typen jetzt noch ja ja wir haben es geschafft bäm alter rang d wir haben aber immer noch nicht 5000 gold scheiße